Hallo zum siebten Teil unseres Let's Plays von Memoir 44 mit der Grundbox und den Winter Wars Karten. Hier sind Brian und Timo und Brian spielt die Deutschen auf der Seite und ich spiele auf dieser Seite hier wieder die Alliierten. In der siebten Mission ist es so, dass wir beide vier Karten haben. Brian, also die Achsenmächte, fangen an. Zum Gewinn muss man vier Medaillen kriegen. Es gibt überhaupt keine besonderen Sachen, wie man Medaillen erlangen kann. Das ist einfach nur, dass man die gegnerischen Einheiten ausschalten muss. Ich habe die französische Resistanz. Das bedeutet, ich kann in Gelände reingehen und trotzdem angreifen, habe dafür aber nur drei Leute und beim Rückzug kann ich pro Fahne bis zu drei Felder zurückgehen. Eine Sonderregel gibt's noch, die Karte der Finest Hour würde normalerweise dazu führen, dass man die Karten neu mischt. Das ist in dieser Mission nicht der Fall. Wenn die Karten alle sind und es noch keine Entscheidung gibt im Spiel, haben die Achsenmächte gewonnen. Ich würde sagen, auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Und du fängst an. Alles klar. Ich spiele Recon Enforce. Sorry for mein Englisch. Dann würde ich gerne die Einheit bewegen. Die Einheit und diese Einheit. Dann gehen die einmal rüber. Die gehen rüber. Und die gehen zwei rüber. Okay. Alles klar. Dann dürfen die beiden noch schießen. Genau. Ich schieße mit dir als erstes. Drei, zwei. Zwei Würfel. Ein Treffer. Ein Treffer. Und dann schießen die einmal mit drei Würfeln. Oha. Könntest du ausräumen. Ja. Zwei Treffer und ein Rückzug. Und bis zu drei Felder Rückzug. Wobei das hier ja nicht geht, wegen den Dingern. Deswegen gehe ich mal hier hin. Okay. Das war ja ein ganz guter Auftrag. Jetzt ziehst du eine Karte und ich bin dran. Quatsch. Was ziehe ich denn eine Karte? Entschuldigung. Alles gut. Was haben wir? Ich aktiviere drei in der Mitte und einen für eine Bewegung. Ich nehme den für eine Bewegung. Ja. Und ich aktiviere die, die und die. So. Beschussphase. Ich greife die an. Drei, zwei, eins. Ein Treffer. Dann von hier. Drei, zwei, eins. Nochmal. Noch ein Treffer. Und mit den schieße ich auf die. Drei, zwei, eins. Einen Treffer. Oh, da habe ich Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, da sind die Würfel ganz schön manipuliert hier heute. So, jetzt kann ich die Karte aber auch nehmen und du bist dran. Okay. Okay. Ich spiele den Assault und bewege alle im Center. Und dann gehe ich mal hier rüber. Hier rüber. Oh. Hier rüber. Die haben keine Sicht, nur so als Info. Das ist Sichtblockend. Okay. Dann gehe ich hier. Dann habe ich zu denen Sicht, zu denen nicht. Doch, zu denen auch. Das geht hier so dran vorbei. Okay. Alles klar. Gut. Dann schieße ich als erstes mit den zwei. Okay. Drei, zwei. Minus weit ist eins. Minus eins. Also ein Würfel. Ja. Den hast du getroffen. Dann kommt der Trupp in den Trupp. Ja. Auch einen. Wieder eine. Genau. Nix. Und dann kommt der Trupp auch nochmal da rein. Jo. Auch noch mit einem. Könntest du abräumen, den Kollegen. Ja. Das machen wir dann auch mal. Das machst du auch. Damit hast du deinen ersten von vier Punkten. Genau. Und dann ziehe ich eine neue Karte. Genau. Jetzt spiele ich... Oh ja. Das ist gut. Infantry Assault. Alle Einheiten in einer Sektion. Ich nehme die mittlere Sektion. Ich kann zwei Hexes gehen und trotzdem noch angreifen. Ja. Genau. Das ist es. Eins, zwei, drei, vier. Die... Von überall, ne? Also die mittlere Sektion. Das sind die vier Einheiten. Okay. Die bleiben stehen. Die gehen in den Wald. Die bleiben stehen. Und der... Der geht auf Sicherheit. Alles klar. Dann kommt die Beschussphase. Ich fange hier mit denen an. Drei, zwei. Ein Treffer. Ja. Hier. Ich schieße mit denen auch nochmal auf denen. Auch drei, zwei. Also zwei Würfel. Ein Rückzug. Oh je. Das war... Das ist geil. Dann schieße ich mit denen auf denen. Drei, zwei, eins. Ne Quatsch. Mit dem habe ich ja gerade geschossen. Ich muss mit dem schießen. Drei, zwei kann ich schießen. Und mehr kann ich dann auch nicht machen. Zwei Treffer. Ich treffer. Okay. 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 Und ich ziehe eine Karte und du bist dann dran. Mhm. Ja, doch. Warte. Ne, dann lass ich. Keine Mühle. Dann mach mal. Ja. Das ist okay. Ich habe keine Mühle. Zwei wird so ein, dann noch zwei. Vergiss du, Fibir will ich gerne zusammen. Okay. Okay. Dann spiele ich mal direkt vom HQ. Jawoll. Okay. Damit darf ich hier Einheit meiner Wahl bewegen. Genau. Dann würde ich sagen, ich nehme einmal die. Jo. Einmal die. Jo. Die. Jo. Und die. Alles klar. Ich fange mit denen hier an. Eins, zwei. Eins. Hier kann ich ganz normal reingehen. Ja. Das ist ja weit. Genau. Dann habe ich eins, zwei, drei und diese hier noch. Was machen die denn da? Die bleiben stehen, aber die werden gleich schießen. Okay. Okay, dann schieße ich mal mit dem Trupp da rein. Ja. Zwei Würfel. Äh, drei, zwei, minus Hügel. Oh, eins, sein. Ja, ein Würfel darfst du würfeln. Okay. Vielleicht hast du Glück. Da waren zwei ... Ah, natürlich. Und dann hier, drei Würfel. Ja. So, drei ... Die kannst du wegballern. Drei Verluste jetzt mit Ansage. Nein. Oha. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Super. Dann ziehe ich eine neue Karte. Genau. Monster oder sowas würde ich mal. Aber dann ... Dann ... Ja, ich ... Geht es weiter. Jetzt ist das halt für Ehrfurcht. Vielleicht. Ich versuche mal. Mal schauen mal. Ich weiß es nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass ... Ich mache nochmal Infantry Assault. Das bedeutet, nochmal alle in der Mitte. In diesem Fall ... Äh ... Bewegungsphase ... Hierhin ... Ja, das war ... Mhm. Aber wie wir sehen ... Ja, dann die ... Charge-Waffe. Ja, dann die ... Charge-Waffe. Ach so, ja, wer ... Ja, ja, das stimmt. Ja, da hin. Ach so, das stimmt. Du hast ja immer ... Ja, hättest du vorher ansauen müssen? Entschuldigung. Ähm ... Das wäre ja auch ... Die hierhin? Mhm. Die dürfen nicht mehr schießen, weil die zwei gegangen sind? Ach nee, doch, die dürfen sogar doch noch schießen. In diesem Fall. Ich glaube, zwei ... Zwei Hexes dürfen. Genau. Okay. Gut, dann dürfen die ... Schießen jetzt. Ja, okay. Alles klar. Ich lege jetzt einfach mal los. Ja, also ... Drei Würfel. Ja, dann spiele ich Ambush. Nein! Und ich schlage zuerst zu. Hau rein. Äh ... Minus eins, also sprich zwei Würfel. Jawoll. Das war sehr gut. Einer weg und ein Rückzug. Jetzt schieß ich auf dich. Jetzt kann ich nur noch mit zwei Würfeln schießen. Ich hab Gornix. Dann ... äh ... Drei, zwei, eins mit dem. Ah, ja. Danke. Rückzug. Nein. Danke. Ja. Ins Dorf geflüchtet. Alles klar. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ich hab mit dem sowieso 5 last. Ich mach davon ab. Ah, mein Ex. Ja. Du ziehst erst die Karte nach. Ähm ... Wegen Dein ist Ambush. Das heißt, du willst jetzt nicht gechargen. Ja? Ja. Okay. Zieh nach. Und jetzt zieh ich die Karte nach. Jetzt bist du dran. Okay. Ach so, weil ich ne Karte abgeworfen habe. Dann zieh ich ne neue. Okay. Ich schaue meine Drohne. Die auch besser als es käme. Gut. Äh ... Ne. Äh ... Jetzt kommt ... Deine Karte hat gesagt in der Mitte, richtig? Ne. Oder ... Irgendwo. Irgendwo. Okay. Also entweder die ganze Sektion oder die ganze Sektion oder die ganze Sektion. Zwei Felder bewegen und trotzdem schießen. Richtig? Ja. Dann spiele ich Counter-Attack. Äh ... Alter. Ja. Heute habe ich die Karte. Ja. Das ist echt schnell. Wie viele Einheiten? Zwei oder drei? Ne. So viele du willst. Es ist halt nur eine ganze Sektion. Okay. Dann nehme ich die Mitte. Die Mitte. Alles klar. Eins und zwei. Sehr gut. Heute gehe ich aufs Ganze. Jawoll. Eins und zwei. Zwei. Okay. Dann fange ich mit denen hier an zu schießen. Jop. Drei Würfel. Ja. Alter. Das war richtig gut. Das war ein sehr schmackhafter. Dann schieße ich mit denen in den Trupp. Ja. Sind drei, zwei, eins. Ups. Jop. Plus eins zu verwondern. Eine Granate. Und dann schießt der Trupp da rein. Jawoll. Mit drei Würfel. Jawoll. Zwei Verluste. Das war noch ein Siegpunkt. Bis zu vier geht es. Und ich habe aber auch echt krasse Karten heute. Letztes Mal habe ich nur Scheißkarten gehabt. So überall. Es holt nur. Ja. Timo hat das schon ordentlich gemacht hier heute. Gut. Gut. Der Finest Hour. Roll one battle die for each card. So. Ich habe vier Karten. Das heißt ich kann vier rollen. Zwei davon. Also ich kann zwei beliebige. Infanterie. Genau. Das Gute daran ist, dass die einen Würfel mehr kriegen. Ah. Okay. Ich dachte das wäre gerade eine andere Karte. Ja. Ja. Alles klar. Also zwei Infanterie. Dann nehme ich die. Und da riskiere ich es auch nochmal. So. Das bedeutet. Ja. Drei. Plus eins ist vier. Ja. Zwei Treffer. Ein Rückzug. Ja. Zwei Treffer. Ein Rückzug. Ja. Oh. Das ist schon so. Ich habe meinen Plus eins zu sehen. Ich habe meinen Plus eins zu sehen. Ja. So. Ja. Auf die zwei. Ich kenne das noch nicht so gut. Ich habe das ja auch. Ähm. Kannst du da rum? Was hatte ich noch gesagt? Die hatte ich noch gesagt. Drei. Plus eins ist vier. So. Jetzt stecke ich sechs. Du hast noch vier. Zwei Treffer. Stark. Hm. Na gut. So. In diesem Fall werden die Karten nicht. Das ist hier die Sonderregel. Die Karten werden nicht neu gemischt. Ja. Und äh. Da die Karten noch nicht alle sind, geht das Spiel normal weiter. Okay. Ansonsten hättest du jetzt gewonnen, wenn die schon wieder wären. Ähm. Ja. Ich brauche nur noch einen Siegespunkt, richtig? Ganz genau. Dann spiele ich den Assault auf der linken Seite. Jo. Und hoffe, dass ich das Spiel jetzt hier beende. Hau rein. Gute Chancen hast du. Es wird spannend. Drei Würfe und ich muss nur einen Hit machen. Und du hast einen Hit. Ja. Gutes Spiel. Gutes, kurzes Spiel. Ja. Das ist neuer Rekord, würde ich sagen. 15 Minuten. Ich muss aber auch sagen, ich hatte auch super Karten. Sie ist mal auf der Hand gehabt. Also das Ambush und Counterattack, das war schon sehr, sehr gut. Das war richtig cool. Das hat richtig reingezimmert in dem Moment. Ja. Ja. Coolest Game. Ja. 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 Vielen Dank.